Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von This is the Police. Es gibt eine neue Neptun-Statue für den Strand, dafür ist also Geld da. Bombensicherheit, Meisteranrufe sind falscher Alarm, ja, darunter leidet die Freeburger-Polizei am meisten. Und der Großmeister Alan Byrne spielt 20 parallele Partien Schach im Park. Das ist eine respektable Leistung. McCoy ist nicht zur Arbeit gekommen. Mhm. Finde ich nicht so schön. Blues von Mr. T hatten wir schon länger nicht mehr. Sag mal, sind die dann immer weg, wenn die da nicht kommen zur Arbeit oder kommen die nächsten Tag wieder? 12-12. Eigentlich alles ganz gut, ne? So, Bombendrohung. Das ist doch wieder ein falscher Alarm, oder? Ein bärtiger Mann. Ach, Mensch. Eben haben wir es noch gelesen, dass das falscher Alarm ist, aber... Irgendwann ist es dann doch echt und da fliegt so ein Gebäude in die Luft. Dann haben wir mal ein Problem. Wollen wir das mal machen hier? Wäre ja eine Option. Ich weiß, ich habe gesagt, nee, ist Quatsch, aber... Keine Ahnung. Wir brauchen ja jetzt auch ein bisschen eine alternative Einnahmequelle, ne? Die Eingangshalle des Gebäudes ist leer und eine schwarze Tasche liegt bei einer der Säulen. Ja, wir evakuieren erstmal das Gebäude. Ach du Kacke. Nee, sicher gehen, dass alle einen sicheren Abstand eingenommen haben. Über den Funk kommt der Bericht herein, dass der Verdächtige unter den Schaulustigen gesichtet wurde. Er lächelt, hat die Szene beobachtet und hielt etwas wie eine Fernbedienung in der Hand. Von hinten über rumpelt, mit einer Waffe bedrohen, ihm die Fernbedienung abnehmen. Täter gefasst, Beamte unversehrt, Zivilisten unversehrt. Ja. Siehst du? Ist doch nicht alles fake. Alle Bombendrohungen. Die Versicherungsgruppe von Freeburg berichtet, dass mehrere bewaffnete Männer in ihre Büros gestürmt seien und angefangen haben, ihre Angestellten anzugreifen. Einer der Männer hat eine Waffe gezogen und einer Angestellten gesagt, er würde sie umbringen, wenn sie nicht sofort all sein Geld zurückgebe. Ein anderer Angestellter hat angerufen und gesagt, die Angreifer seien betrunken und könnten sich kaum noch auf den Beinen halten. Ja, das mag so sein, aber darum geht es nicht. Die sind verrückt genug, um jemanden umzubringen. Jo. Das glaube ich auch. Tja, passiert halt mal, ne? Da ist immer ein bisschen was verliert. Und wenn wir noch einen Noob einstellen für Schicht A und den dann mitschicken. Hm. Am Ende kriegen wir nur ein bisschen Kokain, was wir dann von der Mafia auch nicht verkaufen können. Die größten Noobs haben wir hier in der Schicht eigentlich. Ich weiß, der größte Noob sitzt vorm Bildschirm und zwar der Lumi-Noob. Verdächtige Person, eine Reinigungskraft hat angerufen, um sich über einen verdächtigen Mann zu beklagen, der sich am Zaun herumtreibe. Der reibt sich jetzt seit einer halben Stunde am Zaun und starrt die Kinder an. Sie kommen besser her und verhaften den. Ja, ich denke... Das können wir mal machen. Den verhaften mit Purdy. Und... Täter ist entkommen, Beamte unversehrt, Zivilisten unversehrt. Trotzdem nicht gut. Nicht gut, aber woran lag's? Vielleicht zu wenig geschickt. Aber die, die wir geschickt haben, die waren wirklich fähig. Nun ja, manchmal ist es wie es ist. Eine vermisste Person in der Vorstadt. Tja, wir haben keine wirklich guten Leute mehr aktuell. Ihr Ehemann Eric ist verschwunden. Aber wir wollten uns doch diese Ermittlung hier mal anschauen, oder? Moment, ganz kurz, ganz kurz, aber... Ja, nee, was? Ach, hatte ich... Hatte ich das letzte Mal vergessen, ne? Scheibenkleister. Nun ja, dann warten wir noch mal. Können wir hier jemanden abziehen? Nein. Ähm, Detectives? Doch, können wir. Ähm, dann machen wir das mal... ...so. Wir könnten natürlich auch einfach den Fall neu... ...aufrollen und Kodou... ...zum leitenden Ermittler machen. Wir können das aber auch einfach mal so machen. Und werden dann... ...bei den Ermittlungen nochmal ein bisschen... ...umwürfeln. Der Mann war sehr betrunken, hat sich nur am Zaun festgehalten, um nicht umzufallen. Trotzdem nicht in Ordnung. Da bei den Kindern den Sohn Schreck einzujagen. Dann ist es eben Erregung öffentlichen Ärgernisses. Vermisste Person, Ermittlung hat begonnen. Okay, dann gucken wir nochmal ganz schnell. Ähm, schicken wir das mal ins Archiv. Vermisste Person, Fall neu öffnen. Den Doppelmord können wir uns dann übrigens auch nochmal zu Gemüte führen. Dann machen wir das aber mal so. Gucken wir mal. So. Ha? Okay. Ah, Armstrong noch. Okay, unerlaubte Versammlung. Eine Gruppe betrunkener Arbeiter hat sich am Fabrikeingang versammelt, um gegen Kürzungen ihrer Schichten und andere Vorzüge zu protestieren. Die Leitung des Brotbackbetriebs hat ihre Sorgen ignoriert und die Polizei gerufen, um die verärgerten Angestellten zu vertreiben. Finde ich natürlich auch nicht die feine englische Art. Man könnte sowas vielleicht auch mal zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ganz entspannt klären. Naja. Illegaler Waffenhandel. Mrs. Wright berichtet, dass der Keller eines verlassenen Hauses für einen Schwarzmarkt für illegale Waffen genutzt werde. Das sind keine Maschinenpistolen, aber haufenweise kleinere Waffen. Und sie verkaufen sie auch an Jungs. Ja, ich meine Kinder. Ähm. Ja. Oder wir machen es so. Das war Playtonic noch in Hinterhand behalten. Für das nächste, was reinkommt. Aber Purdy ist ja gleich am Ort des Geschehens und wird hoffentlich regeln. Purdy regelt. Und? Jawohl, Purdy regelt. Alles gut. Ist bald bei 1000. Sehr gut. Ah, hier. Aber Newberry ist natürlich nicht mehr einzuholen, glaube ich. Weil die auch bei den Ermittlungen immer wesentlich mehr Punkte kriegen. So. Die Lage ist ernster, als wir vermutet haben. Wir benötigen Verstärkung. Dann schicken wir da nochmal zwei Leute hin. Purdy ist gleich zurück. Die kann sich dann um die Schießerei im Stadtzentrum kümmern. Mit den anderen Leuten. So. Schießerei. Drei Männer asen in einem kleinen Restaurant zu Abend, als zwei Angreifer von der Straße aus das Feuer auf sie eröffneten. Eine Person wurde direkt getötet. Die anderen beiden versteckten sich hinter einem umgestürzten Tisch und eröffneten ihrerseits das Feuer. Weitere Autos hielten und Bewaffnete stiegen aus, um sich der Schießerei anzuschließen. Ein Zeuge schreit am Telefon. Hier sind eine Menge Zivilisten. Viele sind verletzt. Beeilen Sie sich. Okay. Ja. Mach ich. Das Wort kann man leider nicht schicken. Ei, ei, ei. Ist richtig heftig. Und hier haben wir ein Kassierer gesehen, wie ein junger, schwarzer Mann die Einkaufstasche in einer alten Dame schnappte und wegrannte. Ja, komm, das geben wir den beiden mal. Leute, Ladendiebstahl. Das ist ja wohl Minimumanforderung an den Kopf, oder? Finde ich schon illegaler Waffenhandel. Jawohl. Gut, dass wir da noch jemanden geschickt haben. Die meisten Leute, die in das Feuergefecht verwickelt waren, sind tot oder schwer verletzt. Zwei Männer auf der Straße schießen weiterhin auf das Restaurant. Ah. Ah, wir fordern sie auf, sich zu ergeben. Und das war die richtige Entscheidung. Und Purdy hat die tausend überschritten. Sehr cool. Versuchter Mord. Das gucken wir uns gleich an. Gucken wir uns die vermisste Person nochmal an. Da gab es drei neue Schnappschüsse. Und der versuchte Autodiebstahl gab es nämlich auch nochmal einen Schnappschuss. So, jetzt haben wir sie alle zusammen. Mehr geht nicht. Und dann müssen wir morgen mal rätseln. Ein Biker ist auf einer Kreuzung mit einem Laster zusammengestoßen. Ein paar Freunde des Bikers erschienen kurz darauf und zerrten den Fahrer des Lasters aus seinem Wagen. Sie scheinen einen Lünchmord zu planen. Aha, vielleicht wollen sie ihm auch nur helfen, aber man weiß ja nie, was hier so abgeht. Die alte Dame kannte den jungen Mann aus der Nachbarschaft. Er ist der Medizinstudent, der in der Nähe lebt und der alten Frau nur beim Verladen ihrer Einkäufe half. Na gut. So, Tag ist gleich vorbei. Wir fahren nochmal hier hin. Ich vermute eigentlich, dass es ein falscher Alarm ist und die wollen ihm helfen. Wobei, wenn ein Lastwagen der Motorradfahrer umfährt, dann muss man dem Lastwagenfahrer, glaube ich, nicht unbedingt helfen. Also Leute, wohl doch ernst zu nehmen. Ja, siehst du. Schicken wir nochmal zwei Leute hin. Zu dem geplanten Lünchmord. Gut, jetzt haben wir aber wirklich gute Leute dort vor Ort. Das sollte eigentlich funktionieren. Alles andere wäre eine Überraschung, aber dafür ist This is the Police auch gerne mal gut. Für Überraschungen. Und zwar plötzlich hier schwarze Binden sehen. Täter gefasst. Beamte unversehrt. Zivilisten unversehrt. Sehr gut. Wunderbar. Wer ist da? Ich bin da, oder ich beginne. Mr. Boyd, ich bin ich, Mr. Fry. Ich weiß nicht, Mr. Fry. Und wenn ich so, würde ich ihn nicht kommen, in der Mitte der Nacht. Mr. Boyd, ich bin ein Detektiv. Ich war für deine Frau, Laura. Right, right, meine Frau, Laura. Ich bin für meine Frau, Laura. Laura Markham Boyd. Right, right. You wanna throw on a robe, Mr. Boyd? I'm not cold. So, Laura, what have you learned? I know where she lives, who she's with. I know what her plans are. To tell the truth, I learned even more than I expected. But I can't tell you anything. I'll keep a hold of this thing just in case. So, what were you saying? I said I can't share this information with you, Mr. Boyd. You see, Laura, well, let's see, your beloved Laura is with a very wealthy man. I consider myself a good investigator, but he figured out pretty quick that I was onto him. We talked. All three of us. Me, him, Laura. And, well, we agreed that I'd stop bothering them. And in return, I'm getting a very good position in the company he owns. Mr. Oh, I almost gave the name away. You do realize I could shoot you right here? Well, that would hardly be fair, Mr. Boyd. I might not have come here, you know. But I decided to come clean with you. Look you in the eye. I don't want you blaming Emma. She really wanted to help you. Plus, Mr. Boyd, I like you. You're a good chief of police, and I feel bad for you. So, I talked to Laura, and she'll call you when she's ready. You just need to wait a little longer. And, well, I'm not taking a penny from you for my services. Get out. Leave the beer. But I already drank half of it. Don't worry. I'm not squeamish. Hey, Fry, take off your shoes. I'm sorry? Take off your shoes. Leave them at the door and get out. But why? Because when I asked you to leave the beer, it seemed like you didn't really mind. And I want you to mind. And the socks. Fine. Goodnight. Tja, das wird wohl erstmal nichts mit deinem Wiedersehen mit der Frau vom guten Jack. Aber ihm die Schuhe auszuziehen, schöner Gedanke. Okay, Freunde. Weiter geht's. Alle sind am Start. Dann können wir doch mal jetzt mit den Ermittlungen endlich loslegen. Dazu gibt's mal hier... ...schöne Musik. Watercolor Grace. Mit der Zerschlagung der Mafia haben wir aber auch was Gutes getan, muss man sagen. Wir haben Freeburg ein bisschen schöner gemacht. Was? Neue Bar. Jack in der Stadt hat eine neue Bar eröffnet. Und ihr Besitzer hat versprochen, allen Polizisten und Feuerwehrleuten kostenlose Drinks auszugeben. Ich kann nicht für die Feuerwehrleute sprechen, aber unsere Jungs werden die Gelegenheit ausnutzen. Ähm. Das ist eigentlich nicht so gut, ne? Dann sind die ja immer besoffen. Ne, nicht gut. Mist ist das. Tolle Wurst. So. Äh. Leidende Ermittlerin ist am Start. Das heißt, wir können uns jetzt hier das Ganze mal in Ruhe anschauen. Ich habe einen schlamm bespritzten jungen Kerl in einem Kapuzenpulli gesehen, der durch Gasse bei einem Fuhrfuhrladen gerannt ist. Schlamm bespritzter junger Kerl. Jo. Ne, er muss ja erstmal was klauen, ne? Gut. Dann wurde ich abgelenkt. Das passiert mir manchmal. Er... Erinnere mich, Krach und Zwischengehör zu haben wie Autos, die sich rammen. Hm. Ich hatte gerade erst nahe dem Fuhrfuhrladen geparkt, als ein Junge aus einem Tor gesprintet kam, meine Tasche von der Schulter riss und dann verschwand. Ich hatte gerade erst geparkt. Mhm. Ich bin zum Telefon geeilt, um die Polizei zu rufen, aber dieser Plagegeist muss in der Nähe gewartet haben. Sobald ich von dem Auto weggegangen bin, ist er eingestiegen und wie ein Wahnsinniger davon gerast. In der ersten Kurve hat er dann schon den Hydranten gerammt. Ähm. Und ist anschließend wie ein feiger Hund davon gelaufen. Das Auto ist natürlich versichert, aber wer wird mir meine liebste schneeweiße Handtasche ersetzen? Meine Tasche von der Schulter riss und dann verschwand. Ich bin zum Telefon ger... Genau. Ähm. Dieser Plagegeist muss... Könnte auch so sein. Sie steigt aus. Ähm. Ich hatte geparkt. Da kam meine Tasche von der Schulter gerissen. Ich bin zum Telefon geeilt. Sobald ich von dem Auto weggegangen bin... Mhm. Ist er eingestiegen und wie ein Wahnsinniger davon gerast. Ähm. Ja. Die Kamera an der Kreuzung zeigt, wie ein Cabrio in ein Hydranten fährt und darauf Wasser wie aus einem Brunnen die Hohlspritz. Kurz darauf steigt eine dünne Person in einem Kapuzenpulli aus dem Auto und rennt die Straße hinunter. Spuren gelber Farbe. Ich bin einfach nur die Straße runtergegangen, als so ein Kerl in einem Kapuzenpulli direkt auf mich zugerannt kam. Er war vollkommen durchnässt, als wäre er von einem Schiff gesprungen. Er ist mit voller Wucht in mich hineingerannt, hätte mir beinahe die Rippen gebrochen. Voller Wucht in mich hineingerannt, hätte mir beinahe die Rippen gebrochen. Ahhhh. Also die hat er geparkt bei dem Laden, ja. Steigt aus, der reißt ihm das Ding weg. Hat es den Schlüssel stecken lassen oder nicht, man weiß es nicht genau. Und äh, gelbe Farbe ist es auch. Also ich schätze, die Sachen sind es schon, die Reihenfolge. Muss man da noch ein bisschen gucken. Das ist Quatsch. Oder? Äh, ist der Eingestiegen wie im Wahnsinn hier davon gerast. Im ersten Korb hat er dann schon den Hydranten gerammt. Ist anschließend wie ein feiger Hund davon gelaufen. Gelbe Farbe, also ein gelbes Auto ist schon mal klar. Kann natürlich auch so sein, dann läuft er weg, ne. So, und schließt, äh, ne. Gab's Hupen? Weiß ich nicht. Gab's Hupen? Naja, da hupen wäre Quatsch. Wenn man gegen Hydranten fährt, hupt man natürlich vorher nochmal. Ähm, damit er, damit der Hydrant weg ist. Er weggeht. Ja. Kann natürlich auch sein, dass er da in die Gasse rein. Ne, auch nicht. Ja, das werde ich mir nochmal, werde ich mir nochmal in Ruhe anschauen. Und dann lösen wir das auch. Ja, denke ich schon. Oder? So, vermisste Person, da reichen die drei Schnappschüsse noch nicht. Wir werden mal... Oh, fuck. Mist. Hm. Fuck. Habe ich mich ein bisschen verklickt jetzt aber auch, ne. Kann man so sagen. Selbstmorddrohung. Ein Chemielehrer hat angerufen, um zu sagen, dass einer seiner Schüler an der Dachkante steht. Er wurde von seinen Mitschülern gehänselt, weil er seine sexuelle Orientierung nicht verbergen wollte. Es scheint, als wäre er daran endgültig zerbrochen. Junge. Spring nicht. So, komm. Ich möchte das jetzt mal ausprobieren, einfach. Wahrscheinlich stirbt die Hälfte an einer Überdosis und die andere Hälfte kommt nicht zur Arbeit. und kündigt. Äh, Animalismus-Ausstellung. Mehrere maskierte Männer stürmten mit Waffen in die Galerie, töteten zwei Wachen und begannen die Gemälde einzupacken, von denen einige Hunderttausende Dollar wert sind. Es sind immer noch einige Besucher und Angestellte in der Galerie. Oh, wow, wow, wow. Ah, da schicken wir alle. Da schicken wir alle. Kunstraub, Freunde. Selbstmorddrohung. Bailey und Antanaschi, haben sie gut gemacht. Haben sie gut gemacht. Jeden Tag eine gute Tat. Das war auf jeden Fall eine gute Tat. Mr. Beuth, ich kann sehen, dass Sie genau wie ich die Ankunft des Antichristen nicht weiter hinauszögern wollen. Immerhin kann er nicht festgenommen oder ins Gefängnis gesteckt werden. Ab jetzt stehen Ihnen alle Dienste unserer Kirche zu einem reduzierten Preis zur Verfügung. Akzeptieren Sie also bitte von mir, dem Bischof von Freeburg, diese Summe als persönliches Geschenk. Das ist ja fantastisch. 75 Dollar haben wir bekommen. Und was können wir jetzt machen? Tschüss. Großartig. Das hat sich ja richtig gelohnt. Aber immerhin ist dieses Ding da weg. Wir müssen uns weigern, Freunde. Und es ist trotzdem gut gegangen. Fantastisch. So, Leute. Kommt zurück ins Nest. Äh, Raub. So, wird doch ein Schuh draus, oder? Im Elektronikladen. Tja. Entweder ist aus Versehen losgegangen oder da wird wirklich gerade was Schlimmes verbrochen. Unerlaubte Versammlung. Eine Gruppe junger Leute hat den Eingang zum Schlachthaus blockiert und ruft, Fleisch ist Mord. Ähm, das haben wir doch schon mal gehabt, oder? Mannschaftswagen auch noch. Und Stirling. Stirling schicken wir mal. Joanne Stirling. Damit die mal ein bisschen Erfahrung sammelt. Ich glaube, das ist angebracht. Das Schaufenster ist zerbrochen. Im Laden stehen zwei bullige Männer mit Waffen. Einer leert die Kasse. Der andere hat sich einen Fernseher gepackt. Kunden liegen am Boden. Und vom Kassierer ist nichts zu sehen. Stand da nicht irgendwas von... Der Laden ist noch gar nicht geöffnet? Sie sind umzingelt. Mann. Das ist das Modell vom letzten Mal. Warten, bis die Räuber den Laden verlassen. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ah, die Räuber entdecken die Polizisten. Der Mann mit dem Fernseher remt zu ihrem Lieferwagen. Und der andere zieht den Kassierer unter der Theke hervor und hält ihm eine Waffe in den Kopf. Lasst uns ohne Ärger gehen. Uh, den Mann mit dem Fernseher packen. Okay, verschwindet hier. Oder der Geisel befählen sich zu ducken und die Räuber erschießen. Naja, das ist schwierig. Aber wenn wir den packen, dann... Wollen wir die verschwinden lassen? Ach komm, wir packen den Mann mit dem Fernseher. Der andere dreht sich um und wird erschossen. So... Ist es wahrscheinlich... Abgelaufen. So und nicht anders. Okay. Was haben wir jetzt hier? Unerlaubte Versammlung. Sterling. Enttäusch mich nicht. Dankeschön. Sehr, sehr gut. Drogenherstellung. Wäre was für Bailey, ne? Lisa... Jillen hat es beim Zahnarzt eilig, ging in das falsche Behandlungszimmer. Da habe ich Leute in weißen Überwürfen, Masken gesehen, Flaschen voller Pillen, verdächtig aussehende Werkzeuge und bunte Pulver. Aber ich denke, die stellen da Drogen her. Bah... Naja... Weiß ich nicht. Beim Zahnarzt... Im falschen Behandlungszimmer. Es kann natürlich... Also der Zahnarzt wird ja wohl keine Drogen herstellen. Wir gucken mal. Wir gucken mal hin. Ähm... Klingt für mich ein bisschen komisch. Aber letztlich doch ein bisschen zu wenig Information, um das gleich als Fake zu entlarven. Kann schon was wahres dran sein. Schießerei im Stadtzentrum. Ah... Wir warten mal. Wir warten mal. Wir warten mal. Wir warten mal. Zögern es hinaus. Ah... Wird glaube ich nichts, ne? Dass wir SWOT noch zurückkriegen. Ja, die Frau hat sich in die Räume einer Pharma-Firma neben dem Zahnarzt verirrt. Ähm... Wäre auch ein bisschen ungewöhnlich in dem Bürogebäude. Hast ja recht. Hast recht. Und jetzt haben wir SWOT nicht zur Verfügung. Ein Streifenwagen versuchte einen schwarzen Jeep wegen zu schnellen Fahrens anzuhalten, aber der Fahrrad versucht die Polizisten abzuhängen. Das machen wir mal so und gucken uns mal hier. Mrs. Lombardi hat aus dem Fenster einen seltsamen übergroßen Mann mit ausgestreckten Armen gesehen. Die alte Frau flüsterte am Telefon. Ich glaube, das ist Teil eines satanischen Rituals. Ich glaube, das ist Quatsch. Mit ausgestreckten Armen. Kann doch da mal jemand rumstehen. Ja, na. Ich lass es mal drauf ankommen. Kann man hier noch Leute hinschicken? Der Streifenwagen holt den Jeep ein. Ein dunkelhäutiger Teenager lehnt sich aus einem Fenster und eröffnet das Feuer. Auf die Reifen schießen. Der Jeep liegt plötzlich in eine Gasse ab, aber die Kurve ist zu eng und der Wagen kippt um. Äh. Kommt mit erhobenen Händen raus. So sieht's aus. Tipptopp. Hat wohl geklappt. Automatische Waffen. Tja. Unsere Geldquelle ist versiegt und... Hahaha, eine Vogelscheuche. Vandalismus. Ein elterlicher Sicherheitsmann hat berichtet, einen Vandalen in der Galerie eingeschlossen zu haben. Der Mann habe bereits eine der Statuen mit seinem Hammer beschädigt. Teil einer Ausstellung mit dem Titel Eros vs. Tanatos. Ihr braucht euch nicht beeilen. Der kommt hier nicht raus. Aber was die anderen Statuen angeht, die sind mir eh egal. Soll er doch noch ein bisschen von der Pornografie zerstören, wenn er das will. Tja. Vielleicht ist das auch der Künstler. Und der arbeitet noch ein wenig. Ja. Life Art oder sowas im Museum. Gibt's doch bestimmt alles. Da wird da jeden Tag, jeden Abend wird noch ein bisschen weiter an der Statue gearbeitet. Ja. Der Autodiebstahl. Äh. Mal sehen. Gucke ich mir die Folge nochmal an. Lese mir das in Ruhe durch. Das hilft manchmal schon. Vandalismus. Täter gefasst. Beamte unversehrt. Jawoll, alles klar. Hat doch keiner geübt. Oder er hat geübt. Aber es war nicht der Künstler, der an seiner Statue gebastelt hatte. Tag 96. Meine Fresse, das kann ja noch ganz schön lange gehen. Daumen gibt's wieder von Stadtverwaltung, Polizeirevier. Von dir vielleicht auch. Würde mich natürlich freuen. Ähm. Vielleicht überspringen wir auch nochmal ein paar Tage irgendwann. Mal sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Dein Lumi.